Ich wurde zwei Jahre im Gefängnis vergessen und musste mir selbst einen Zahn ziehen. Im August 2005 wurde ich, Stephen Slavin, 57 Jahre, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol am Steuer eines gestohlenen Autos erwischt. Die Polizei nahm mich fest und ich landete im Gefängnis von Dona Ana County in New Mexico. Zu Beginn wurde ich in eine normale Zelle gesteckt, doch aufgrund meiner langjährigen psychischen Erkrankung befürchteten die Wärter, dass ich mir selbst etwas antun könnte. Also sperrten sie mich in eine speziell gesicherte Einzelzelle. In dieser Zelle verbrachte ich 22 Monate meines Lebens, ohne jemals einem Richter vorgeführt zu werden. Kein Prozess, keine Anhörung, einfach nichts. Meine psychische Verfassung verschlechterte sich drastisch durch die Isolation von anderen Menschen und das Fehlen jeglicher medizinischer Versorgung. Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. Meine Ernährung war mangelhaft und ich verlor stark an Gewicht. Mein Körper war übersät von Druckgeschwüren. Meine Nägel wuchsen so lange, dass sie sich aufrollten. Als ich Zahnschmerzen bekam, wurde mir die notwendige medizinische Behandlung verweigert. In meiner Verzweiflung zog ich mir selbst einen Zahn. Die Wärter gingen an mir vorbei, sahen zu, wie ich verrottete und unternahmen nichts, um mir zu helfen. Tag für Tag, für 22 Monate. Als ich endlich aus meiner Einzelzelle entlassen wurde, war ich nur noch Haut und Knochen, meine Haare waren zottelig, meine Zähne in einem grausamen Zustand. Im Juni 2007 wurde die Anklage gegen mich fallen gelassen. Ich war wieder frei, aber meine Leiden waren noch lange nicht vorbei. Ich reichte Klage ein und vor Gericht wurde mir schließlich eine Entschädigung von 22 Millionen Dollar zugesprochen. Meine Zeit im Gefängnis hat tiefe Spuren hinterlassen, posttraumatische Störungen und Lungenkrebs. Es ging mir nie um das Geld. Ich wollte, dass die Menschen erfahren, was im Gefängnis von Dona Anna County geschieht, dass solche Dinge zur Routine werden und die Verantwortlichen ungestraft davon kommen. Mein Anwalt und ich hoffen, dass dieses Urteil ein Signal setzt für eine menschenwürdigere Behandlung von Häftlingen, insbesondere solchen mit psychischen oder körperlichen Problemen.